Musik 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 Wir sind jetzt angekommen, die Maskebrille hat. Auch ich würde jetzt einfach gar nichts los hier am Verkasse. Viel mitgenommen für den kleinen Mann. Wir warten auf unseren Weg, der geht jetzt in eine halbe Stunde. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und er hier ist auch richtig happy. Musik 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 Wir sind angekommen in Röpstedt. Wir sind erst noch in einer Freunden in der Unterkunft, weil unser Airbnb erst ab 14 Uhr frei ist. Das ist aber kein Problem. Die haben so eine schöne Unterkunft, so ein richtig schönes Airbnb für sechs Leute. Das heißt, wenn wir dann in der Küche mit einer Küchenendel oben auch noch schlafen, sind wir dann richtig schön hell und klammig, auch wenn man rauskommt. Wir genießen jetzt erstmal die Zeit und dann gehen wir nachher in unsere Unterkunft und werden danach erstmal, glaube ich, ein Supermacht fahren, vielleicht auch noch am Strand und dann ist der Tag gefühlt auch schon wieder um. Luke war entspannt. Sian hat von elf Stunden sechseinhalb oder sieben geschlafen, also richtig richtig gut. Ja, aber die Landung fand er, glaube ich, nicht so geil mit dem Druck auf den Ohren. Kann man halt auch nachvollziehen. Ja, und wir werden hier uns auf jeden Fall durchgehend mit einem Uber fortbewegen. Wir haben erst überlegt, uns ein Auto zu mieten, aber es ist irgendwie, man soll abends anscheinend nicht so alleine mit dem Auto rumfahren, wenn man sich nicht auskennt. Und deswegen buchen wir uns da jetzt immer auch ein Uber. Ich freue mich sehr, ich bin so gespannt. Ich war noch nie in Kapstadt, natürlich schon mal in Afrika, also in meiner Heimat Ghana, aber in Kapstadt noch nicht und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Wir sind angekommen in unserem Apartment. Ich zeige euch das einmal. Es sieht schön, es ist, es ist so schön, es ist unfassbar. Also, Mäßchen findet das auch richtig toll. Ich zeige euch das mal. Alright! Bula ele, Bula ele, Bula ele, Bula ele, bula la 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 guten morgen als kapschat erste nacht gepennt richtig 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 gut getan das bett war auch echt gemütlich groß wie es gestern nacht der strom ausgefallen ist ja anscheinend auch so ein ding dass der strom einfach mal abgestellt wird jetzt einmal meine morgenskincare routine und dann habe ich mir glaube ich ein tierüber gestern jahr noch kurz im supermarkt bei checkers und haben so ein paar sachen eingekauft ich lebe hier super nett in anderen ländern der war ganz okay aufgebaut vielleicht werden wir noch größer denn auf jeden fall heute noch mal kurz in den mall damit wir sie ja ein sonnenhut kaufen können alle sonnenhütte ich ja jetzt im sommer hatte sind natürlich zu klein und das haben wir irgendwie beim packen nicht beachtet aber es ist kein problem hier gibt es ja auch an alle anderen läden zara und co deswegen machen wir uns jetzt fertig ich kann jetzt echt noch weiter schlafen es war richtig so ein urlaubsschlaf es war echt richtig schön und guck mal da ist einfach glas und das haben wir gestern schon bei den einzelnen kommen sind und gestern nacht war es schon ein bisschen gruselig muss ich sagen wir frühstücken hier jetzt gleich ein bisschen damit wir einfach ein bisschen was im magen haben weil es uns eh schon kann es dauert sonst so lange bis wir gleich los gehen deswegen haben wir dann schon mal eine kleine stärkung und dann ist es gleich nicht so stressig wir sind jetzt nochmal zurück in unser airbnb gefahren ja was nicht so cooles ist passiert irgendwie gar kein nervt das zu erzählen ich glaube das macht es nachher wollen das jetzt erstmal genießen ja erstmal ein bisschen was essen und kann es halt nicht ändern aber egal bin ich jetzt auch mal umgezogen ich war viel zu warm angezogen ich hatte den jeans und einen top an es war viel zu warm jetzt habe ich mir so ein luftiges kleidchen angezogen und ist noch sehr schnuller jetzt noch mal sauber machen essen das haben wir gestern am tag als wir da vorbeigegangen sind mal schauen wie es wird ich hoffe es wird gut jetzt gerade habe ich tatsächlich auch ein bisschen hunger wir sind jetzt im loading bay sieht es so schön hier aus wie ich euch zeige ähm und hier wenn man hier hoch geht es ja auch im store ich glaube ich habe eben auch gesehen dass da ein ASO oder ASO? ja doch es ist verkauft und da oben ASO und da oben ist nämlich ein Schild das ich auf jeden Fall jetzt eigentlich begehen soll und ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt Ich habe noch die Info bekommen, dass wir auf einen Food Market gehen sollen. Und das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist das, wo man es sehen kann. Dann gehen wir auf den Weg jetzt. Wir waren jetzt eben einmal mit dem anderen was essen im Naked Café und jetzt fahren wir hier. Jetzt fahren wir zur Hochzeitsvocation. Ich bin schon sehr gespannt. Es gibt eine Person, die hier einen leichten Fehler gemacht hat und schon ein bisschen gegoogelt hat. Ich möchte nicht erwähnen, weil das... Aber ja, ich glaube, es wird schön. Es wird auf jeden Fall perfekt. So, wir sind angekommen auf dem Weinegut. Ein richtig, richtig süßes Zimmer. Das ist das Bett. Das sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Nicht zu weich, nicht zu hart, weil ich mag ja keine zu weichen Betten. Ja, ich zeige euch das mal ein bisschen. Das ist das Bett. Das ist das Bett. Das ist das Bett. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen! Aufgewacht, aufgestanden, fertig gemacht. Es ist jetzt 9 Uhr. Um 9 beginnt nämlich das gemeinsame Frühstück. Das ist hier direkt um die Ecke. Also einmal raus und wieder rein sozusagen. Es war gestern ein so schöner Abend. Also die Kulisse sah aus wie gemalt. Es war einfach traumhaft und ihr Kleid. Und es war einfach so schön. Ich glaube, ein wunderschönes Kleid, eine wunderschöne Braut, ein wunderschönes Brautpaar. Es hat richtig Spaß gemacht. Cupcakes waren lecker, Pizza war lecker. Also ein richtig guter Auftakt für die Hochzeit, die heute Nachmittag stattfindet. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Frühstück. Ich habe hier ein Kleid von Baum und Pferdgarten an. Ich bin so happy, dass wir in der Sonne sind, weil ich kann jetzt alle Kleider, die ich jetzt so nicht richtig ausführen konnte, kann ich jetzt tragen. Und ich freue mich natürlich umso mehr gegen das Frühstück. Fertig für den Wedding Day. Eigentlich wollte ich schon eine halbe Stunde vorher anfangen, aber ich glaube, das kriege ich auch alles super hin. Genau, Sonnenschutz aufgetragen, Creme aufgetragen und dann mache ich jetzt gleich weiter mit meinem Make-up und mit den Haaren. Ich freue mich sehr. Gestern Abend war es richtig windig. Ich wusste auch gar nicht, dass es hier so windig werden kann. Das war crazy. Das war richtig, richtig, richtig crazy. Ich glaube, alle mussten sich auch ein bisschen was überziehen, weil ich bin nicht tagsüber. Was wirklich super heiß jetzt gerade ist, ist es auch heiß, sogar noch heißer als gestern. Aber das war schon crazy. Naja, wir machen uns jetzt auf jeden Fall fertig. Und dann geht es zur Ceremonie. Dann gibt es ein Dinner und dann gibt es eine Party an drei verschiedenen Locations. Ich zeige euch nachher auf jeden Fall mal mein Outfit. Ich zeige euch nachher auf jeden Fall. Ich zeige euch nachher auf jeden Fall.